Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen, er pfeift sie zurück, es gibt abseits Super dieses Zuspiel Schick, schick, da ist die Chance Und er ist drin Und das Tor zählt nicht Nein, der Assistent hatte die Fahne gehoben Da haben wir die Situation noch einmal Er steht klar im Abseits, ohne jeden Zweifel, gut vom Assistenten Patrick Schick, schöner Pass Steil gespielt, gute Idee Und jetzt haben wir hier das erste Tor Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung Zunächst der gefährliche Steilpass Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen Sie sind jetzt also in Führung 1-0 Tor für Leverkusen Die Nummer 11 Nadiem Ameri Ball ist wieder weg Da ist die Flanke Sommer faustet diese Flanke erstmal weg Macht er gut Das macht er sehr gut Hinter ist dazwischen Da setzte sich gut ein Was macht er jetzt? Hannes Wolf Jetzt ist die Kugel weg Kerem Demirbay Jetzt vielleicht Der Toilter kommt nicht ran Aber die Latte rettet Plea Dennis Zaccaria pass auf außen gute aktion sie erhalten den einwurf kommt jetzt die flanke rein dennis zagaria super täglich tolles zuspiel ist abseits da das timing nicht gestimmt dennis zagaria macht er gut hier beim ballbesitz liegen die vorteile heute bislang bei borussia mönchengladbach aber wenn sie aus dieser spielerischen überlegenheit keine guten chancen erarbeiten dann bleibt es bei diesem rückstand im moment tun sie sich schwer sieht nicht ungefährlich aus jetzt vielleicht der konter der ball ist weg aus dieser konter chance können sie nichts machen nadima miri klasse chance jetzt der passt nix zu halten hier nix ist es mit dem treffer fahne so bitter für den spieler aber richtige entscheidung vom assistenten da haben wir die szene noch mal ist natürlich ärgerlich dass der treffer nicht zählt aber spätestens jetzt zu sehen richtige entscheidung haranguiz das ist dem herbei weil es wieder weg hannes wolf dennis zagaria zu lang nur eine minute noch nach spiel das abseits richtig da war er unaufmerksam und zur pause haben beide teams noch alle chancen es steht 1 zu 0 er hat das bislang sehr sehr ordentlich gemacht ganz wichtig war natürlich sein führungstreffer jetzt haben sie alle trümpfe in der hand die zweite hälfte läuft die leverkusener mit dem anstoß sind graben das ist dem herbei muss ein diaby patrick schick das war wichtig diesen ball noch abzufangen das hätte was werden können schick klasse aufgepasst er hatte mal und bei der nächsten unterbrechung wird hier gewechselt ganz schwacher pass ball draußen wenn sie noch mal ins spiel kommen wollen müssen sie jetzt reagieren und das macht der trainer auch er nimmt den wechsel vor das ist dem herbei patrick schick ja guter pass er spielt den steil pass sommer verhindert den treffer super wie er da die nerven bellen der zirke daraus wird leider nichts einfacher ball hier für jahren sommer so und jetzt sind hier noch 30 minuten zu absolvieren nico el wedi erneut so eine hervorragende pass schöner steilpass da geht die fahne hoch und das auch noch zurecht der pass kam vielleicht ein tick zu spät und zu recht geht die fahne da hoch auch wenn es klappt jetzt muss er hier neue impulse setzen sie liegen hinten und er versucht es mit einem wechsel der mann er bayern er weiter mit dem ball schöne pässe jetzt und er kommt jetzt nicht an der ball ist weg jetzt können sie vielleicht kontern wäre die konterschance gewesen aber sie verlieren den ball schöner pass er bringt den ball jetzt nach vorne da sieht man wieder wie gefährlich so ein perfekter konter sein kann auch wenn es hier nicht geklappt hat das war ein toller spielzug noch sind hier 20 minuten zu absolvieren oscar wentz gibt jetzt einwurf sind graben da kommt der pass einwurf für gladbach dennis zagaria nico elvedi floria neuhaus die fans geben nicht auf sie geben nach wie vor alles aber jetzt muss der funke natürlich auch die mannschaft überspringt die muss jetzt noch mal kommen die flanke wird vom verteidiger geblockt einwurf für die gladbacher sie drängen auf den ausgleich vielleicht geht jetzt was die chance auf den konter aber das könnte das werden die chance lebt noch das muss es doch sein er macht ihn rein leeres tor so einfach dürfen sie natürlich nicht machen das wird so zarr aus er macht den treffer aber eigentlich ohne echte gegenwehr muss eigentlich nur noch einschieben so dinge hast du nicht allzu häufig das macht es leicht ganz leicht so Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, der nächste tolle Pass. Florian Neuhaus. Jetzt mal die Gladbacher. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Da kommen sie im Ballbesitz, sehr gutes Tackling. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Tja, Ball wieder weg, da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Oskar Wendt. Da kommt der Schussfeld, der Sieger dieses Spiels heißt, Bayer Leverkusen. Aus meiner Sicht war das heute eine gute Leistung. Knapper Sieg am Ende und damit werdet es wieder.